Faru Khan, besser bekannt unter seinem Beinamen Schabaratz, was etwa so viel bedeutet wie der königliche Eber, war ein persischer General und Usurpator im 7. Jahrhundert, er kämpfte für den sassaniden König Chosrau II, erfolgreich gegen die Oströmer und eroberte 613 Damaskus sowie 614 Jerusalem, wo zahlreiche Christen getötet wurden und mehrere Kirchen der Stadt. Wie die Grabeskirche, die Basilika Hagiazion und die Kirche Sankt Maria an der Stelle der späteren Alakus am Moschee zerstört wurden. Schließlich führte er das angebliche Heilige Kreuz nach Persien fort, was eine deutliche Schockwirkung bei den Christen hinterließ. Für seine aggressive Art der Kriegsführung verlieh Chosrau ihm den besagten Beinamen. Im Krieg gegen Kaiser Herakleios unterlag er diesen zunächst 622. 625 gelang es Herakleios wieder, sich dem Zugriff Schabaratz und des Generals Scheichin, eines Rivalen Schabaratz, zu entziehen. Schabaratz stand aber 626 mit einem großen Herr in Schokedon am Bosporus, während die Awaren Konstantinopel belagerten, was jedoch misslang. Da die Römer eine Vereinigung von Perser und Awaren verhindern konnten. In den folgenden beiden Jahren hielt sich Schabaratz nicht zuletzt aufgrund der jetzonigen Beschuldigungen Kosraus. Offenbar weitgehend aus dem Krieg heraus. Nach dem Sturz Kosraus und dem Friedensschluss mit Ostrom mussten die Perser die besetzten Gebiete räumen. Doch zog sich dieser Vorgang offenbar in die Länge. Im Juli 629 verständigte sich Schabaratz jedoch mit Kaiser Herakleios und sie gingen einen Pakt ein. 630 tötete Schabaratz König Adaschir III. und machte sich selbst zum Großkönig. Er fand jedoch keinen Rückhalt im Reich, da er nicht dem Herrscherhaus der Sassaniden angehörte und wurde nach nur kurzer Herrschaft ermordet. Während seiner kurzen Herrschaft wütete zu allem Übel auch die Pest in Katesaifon. Nach mehreren Quellen hatte er zuvor irgendwann den christlichen Glauben angenommen, in diesem Fall wäre er der erste und einzige persische Großkönig gewesen, der kein Zoroastrier war. Sein Sohn mit dem griechischen Namen Naiketas war jedenfalls sicher getauft und diente nach der Ermordung seines Vaters einige Zeit im oströmischen Militär, bevor er sich nach der verlorenen Schlacht am Jarmuk, in der er Teile der kaiserlichen Truppen kommandierte, nach Emesa zurückzog und schließlich von den siegreichen Arabern hingerichtet wurde. Bekke 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 Aber Far